Wir schauen uns im heutigen Video die Top 4 Small Cap Projekte im Gaming Bereich an. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, habe ich vor zwei Tagen ein Video hochgeladen, wo es um die Top 4 AI Projekte ging, die auch alle unter 50 Millionen an Market Cap hatten. Und im heutigen Video schauen wir uns das Ganze nochmal im Bereich Gaming an. Einfach aus dem Grund, weil ich persönlich denke, dass die Top Narrative für den kommenden Bullrun Gaming und KI sein wird. Ja, also es werden meiner Meinung nach die beiden treibenden Katalysatoren für den kommenden Bullrun. Und genau aus dem Grund heute nochmal Top 4 Gaming Projekte. Ihr könnt gerne auch nochmal ein altes Video auf meinem YouTube Kanal anschauen. Da hatte ich schon mal ein ähnliches Video, wo ich auch meine persönlichen Top 5 Gaming Projekte vorgestellt hatte. Das war aber damals in diesem Video eher eine Vorstellung von etwas etablierteren Coins. Jetzt im heutigen Video schauen wir uns wirklich die absoluten Small Cap Coins an. Einfach aus dem Grund, weil ich hier noch denke, dass wir nochmal deutlich, deutlich mehr Potenzial haben. Natürlich, klarer Disclaimer an der Stelle. Die Gaming Projekte, die ich im heutigen Video vorstelle, sind natürlich absolut riskant. Deswegen geht hier, wenn dann, mit wenig Kapital rein. Wenn überhaupt, das Ganze ist natürlich hier an der Stelle, wie immer, keine finanzielle Beratung. Basiert nur auf persönlicher Meinung. Ich bin auch von keinem dieser Projekte bezahlt. Das Ganze ist wirklich nur entstanden durch meinen eigenen Research. Am besten kommt ihr auch in meine kostenlose Telegram-Gruppe. Dort stelle ich auch regelmäßig neue Coins vor. Oder auch Mitglieder aus meiner Community teilen dort ihre Lieblings- und Top-Projekte. Deswegen lohnt es sich da auf jeden Fall mal, die ganze Gruppe abzuchecken. Nichtsdestotrotz starten wir auf jeden Fall jetzt direkt mit dem ersten Projekt. Und zwar nennt sich das Ganze Abbey's World. Zum aktuellen Zeitpunkt mit gerade mal einer Market Cap von 8 Millionen. Also wirklich noch super, super klein. Wir sehen hier uns den ganzen Chart mal an. Ist zum aktuellen Zeitpunkt auch unfassbar stark am Pumpen. Ich werde gleich auch nochmal aus charttechnischer Sicht das Ganze betrachten, ob es zum aktuellen Zeitpunkt Sinn macht, hier einen Einstieg zu finden. Nichtsdestotrotz haben wir hier schon gewisse Listings. Ja, auf größeren Exchanges, sei es auf Maxi oder Bitget, ist auch schon mal nicht schlecht, dass gewisse Liquidität in dieses Krypto-Projekt auch fließen kann. Ansonsten, wie gesagt, noch super klein. Circulating Supply ist auch noch nicht sonderlich viel vorhanden. Zum aktuellen Zeitpunkt mit 16%. Schauen wir uns aber gleich nochmal an von den Tokenomics. Jetzt schauen wir uns auf jeden Fall das Projekt mal an sich an von der Website. Was macht dieser Coin überhaupt? Beziehungsweise dieses Projekt. Und schlussendlich investieren wir hier in ein direktes Spiel, in ein direktes Web3-Game. Das ist nämlich auch nochmal wichtig zu erwähnen, weil ich persönlich bin immer ein sehr, sehr großer Fan davon, in die Infrastruktur von der jeweiligen Narrative zu investieren. Also gerade bei KI wären es dann Projekte wie Render, Akash Network oder auch bei Gaming wie Beam oder Cedify, Mirror. Also einfach Infrastrukturprojekte. Jetzt in dem Fall investieren wir tatsächlich direkt in ein Game. Natürlich haben wir hier ein etwas höheres Risiko, weil schlussendlich das ganze Risiko abhängig ist von einem Spieleentwicklerteam oder vom Spiel an sich, ob das ganze Game überhaupt Marktakzeptanz findet. Nichtsdestotrotz ist meiner Meinung nach das Game in dem Fall unfassbar spannend und interessant. Einfach aus dem Grund, weil hier schon ordentlich abgeliefert wurde. Und ich habe von diesem Spiel auch schon von Leuten aus meinem Netzwerk gehört, dass es auf jeden Fall unfassbar viel Potenzial haben kann. Ich bin, ja wie schon mal erwähnt, nicht mega der Gamer. Ich habe früher mal gezockt, deswegen ist es für mich nicht ganz so gut einschätzbar, wie sich so ein Spiel natürlich entwickeln kann. Aber von den Grafiken sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal sehr, sehr ordentlich aus. Und schlussendlich auch von dem ganzen Aufbau. Also ich habe mir das Ganze mal in Ruhe angeschaut. Wenn wir uns das Ganze hier nochmal anschauen unter Charaktere, gibt es auf jeden Fall auch direkte NFTs, die man erwerben kann. Das sind sozusagen schlussendlich die Charaktere im Spiel, die benötigt werden. Da gibt es auch schon direkt ein Listing auf OpenSea. Können wir uns das Ganze mal anschauen. Die werden auf jeden Fall auch hier bis zu einem Ethereum tatsächlich schon gehandelt. Also da ist tatsächlich ein bisschen Marktvolumen schon vorhanden. Das spricht auf jeden Fall auch schon mal fürs Projekt. Können uns kurz nochmal einen Blick werfen in die Tokenomics, die meiner Meinung nach sehr, sehr gut sind. Einfach aus dem Grund, weil vieles tatsächlich gelockt ist, beziehungsweise vieles zurückbehalten wird fürs Spiel an sich. Und das ist meiner Meinung nach immer sehr, sehr wichtig, besonders bei einzelnen Spielen, dass gerade die Tokenomics stimmen. Das ist wirklich zum Teil ausschlaggebend. Natürlich abhängig auch dementsprechend vom Spiel. Das Spiel muss als Grundlage was taugen. Das Spiel muss gut sein. Aber nichtsdestotrotz müssen die Tokenomics stimmen. Dass einfach schlussendlich eine gewisse Performance im Preis auch stattfinden kann. Hier oben sehen wir jetzt als erstes mal einen Überblick von dem Projekt an sich, wie das Ganze aufgebaut ist. Und jetzt hier drunter sehen wir auf jeden Fall die Tokenomics, wie das Ganze verteilt ist. Und da ist einfach das, was ich schon eben erwähnt hatte. 40% In-Game-Rewards. Und das ist meiner Meinung nach sehr, sehr gut. Einfach aus dem Grund, weil dann wirklich diejenigen, die das Spiel aktiv zocken, die Rewards bekommen. Dass es schlussendlich wirklich, ja, ein Play-to-earn-Game ist. Was schlussendlich auch der Nutzen von dem Spiel sein soll. Dass auch wirklich der Anreiz geschaffen wird, dass das Spiel eine Anwendung findet. Und genau aus dem Grund halte ich das mal für sehr, sehr sinnvoll. 40% In-Game-Rewards. Treasury auch nochmal 20%. Team 15%. Ist völlig legitim und in Ordnung. Marketing 13%. Macht auf jeden Fall auch Sinn. Ja, sich was übrig zu behalten fürs Marketing. Und ansonsten haben wir hier noch einen kleinen Bereich von Private-Token-Sales. Public-Token-Sales. Ist auf jeden Fall auch in Ordnung mit 5%. Und dann noch für die Liquidity-Pools. Also meiner Meinung nach top Tokenomics. Es werden natürlich mit der Zeit einige Token auf den Markt kommen. Eine gewisse Inflation ist definitiv vorhanden. Einfach aus dem Grund, weil natürlich die In-Game-Rewards ausgeschüttet werden für die Spieler. Die dieses Spiel auch wirklich aktiv spielen. Das ist aber meiner Meinung nach besonders bei einem Gaming-Projekt nicht sonderlich schlimm. Und auch völlig normal. Ja, wir sehen es sogar hier rechts. Und zwar haben wir eine Westing-Periode von insgesamt 36 Monaten. Also quasi von 3 Jahren. Und das ist völlig in Ordnung. Besonders ist das Projekt noch relativ frisch. Deswegen hält sich das Ganze auf jeden Fall in Grenzen von der Inflation. Deswegen ist das Ganze meiner Meinung nach nicht sonderlich schlimm. Tokenomics auf jeden Fall grüner Haken an der Stelle. Und jetzt einfach nochmal abschließend in Bezug auf Abbey's World. Das Ganze charttechnisch betrachtet. Wir schauen uns das Ganze einfach hier mal in Ruhe an. Wie gesagt, ich hatte es auch im letzten Video schon erwähnt. Natürlich bei solchen Projekten, die so eine kleine Market-Cap haben, ist meiner Meinung nach die Charttechnik zweitrangig. Nichtsdestotrotz kann man immer noch einen besseren Einstieg rausholen, indem man gewisse Grundprinzipien bei der Charttechnik beachtet. Und so sieht man es auch hier wieder. Schöner Aufwärtstrendkanal. Wir hatten immer wieder hier die dynamische Unterstützungslinie hier unten. Ja, mehrere Kontaktpunkte mit höheren Hochs und höheren Tiefs. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass wir positives Momentum haben bei so einem Projekt. Und genau aus dem Grund, klar, ist es nicht sonderlich optimal, hier einen Einstieg zu finden. Man kann definitiv nochmal abwarten, dass man ungefähr bei den 0,3 US-Dollar-Cent einladen kann. Es werden vom aktuellen Zeitpunkt aus nochmal minus 35%, was man an Rabatt sozusagen bekommen könnte. Kann definitiv Sinn machen. Ich werde auf jeden Fall bei diesem Projekt nochmal abwarten. Ich habe es definitiv auf meiner Watchlist, hier mit einer kleinen Tranche reinzugehen. Nichtsdestotrotz bin ich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht investiert. Ist mir immer ganz, ganz wichtig, hier 100% transparent mit euch zu sein, dass ihr auf jeden Fall auch wisst, wo bin ich investiert, wo bin ich aktuell noch nicht investiert. Aber bei dem Projekt habe ich es auf jeden Fall vor. Ich sehe hier noch viel Potenzial, einfach aus dem Grund, weil die aktuelle Market Cap noch super gering ist. Und genau aus dem Grund haben wir hier wirklich das Potenzial auf den 100x. Also bei 8 Millionen, 80 Millionen, 800 Millionen. Klar, wäre es schon ein sehr, sehr großes Projekt mit 800 Millionen. Aber ich sage mal, in 50x ist da gut möglich, wenn sich das Projekt wirklich durchsetzt und das ganze Game. Deswegen, dass ihr hier auf jeden Fall Bescheid wisst. Jetzt kommen wir zum nächsten Projekt und zwar Wagmi Games. Kennt vielleicht, ja, der ein oder andere von euch ist ein bisschen größer mit insgesamt 30 Millionen an Market Cap. Aktuell haben wir auch schon ein Großteil vom Circulating Supply. 82% ist auch schon am Start. Ist auch schon mal sehr, sehr gut. Spricht für die Tokenomics. Ja, wir sehen auch zum aktuellen Zeitpunkt starke Pumps erneut. Da kommen wir gleich auf die Chart-Technik auch nochmal drauf zu sprechen. Nichtsdestotrotz haben wir hier auch schon gewisse Listings. Ist auch nicht schlecht für die Liquidität, wie vorhin schon erwähnt. Wenn wir uns hier einmal die Website anschauen, ist das Ganze relativ ähnlich aufgebaut wie viele andere Games. Wir haben eine Kollektion, einen Marketplace. Wenn wir hier einen kurzen Blick auf den Marketplace werfen, sehen wir auf jeden Fall zum aktuellen Zeitpunkt 400 Holder mit einem Floor-Price von 1.800 Dollar. Ist definitiv in Ordnung. Aber meiner Meinung nach ist hier das Volumen noch nicht ganz so hoch, wie es sein sollte. Ja, aus dem Grund muss man da definitiv nochmal abwarten, wie das ganze Game an Anwendung findet. Ich persönlich, das ist nur meine persönliche Meinung, finde dieses Game auf jeden Fall nicht so gut wie Abyss Word. Da hat mir das Ganze auf jeden Fall hier deutlich besser gefallen, wenn wir uns das Ganze nochmal anschauen. Ist am Ende des Tages wahrscheinlich nur Geschmackssache, aber trotzdem, wollte ich es einfach erwähnt haben, ist natürlich auch immer so die Frage, welches Game setzt sich durch und welches nicht. Manchmal pumpen auch Gaming-Projekte, wo man es vorerst nicht erwartet hatte, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall auch ein solides Game. Zum aktuellen Zeitpunkt ist schon mal gut ausgebaut. Wie gesagt, man hat definitiv das Einzelwettenrisiko, aber wenn man in einzelne Games investiert, ist es auf jeden Fall, beziehungsweise ist es mir persönlich extrem wichtig, dass schon mal die gewisse Infrastruktur gegeben ist, also dass das Game auf jeden Fall schon mal was vorzuweisen hat, dass die Entwickler gut am Start sind, dass die Tokenomics stimmen. Ja, jetzt können wir auch nochmal hier kurz den Chart uns anschauen. Da haben wir auf jeden Fall auch einen schönen positiven Aufwärtstrend. Wir sind auch tatsächlich noch nicht so lange am Start. Ja, das Game hat auf jeden Fall noch keinen Bullrun mitgemacht. Ist meiner Meinung nach auch immer wichtig. Hier bin ich noch nicht investiert. Ja, werde es mir auf jeden Fall nochmal überlegen, weil der aktuelle Zeitpunkt gar nicht so schlecht ist, weil wir tatsächlich nochmal zurückgekommen sind. Werde ich definitiv im Auge behalten. Ja, aktuell noch kein Investment vorhanden, aber werde ich mir definitiv nochmal vor Augen halten. Besonders zum aktuellen Zeitpunkt kann es definitiv Sinn machen. Dann kommen wir auf das nächste Projekt und zwar Sidus. Habe ich schon länger im Auge. Bin ich tatsächlich auch investiert. Ich habe hier den Abverkauf ein bisschen mitgenommen in dem Fall. Und hier sind wir auch wieder zum aktuellen Zeitpunkt unfassbar stark am Pumpen. Besonders hier Ende November, Anfang Dezember, wo auch viele andere Gaming-Projekte gepumpt sind. Ja, wurde Sidus auf jeden Fall auch ordentlich mitgenommen. Zum aktuellen Zeitpunkt eine Market Cap von 52 Millionen. Ist somit das größte Gaming-Projekt im heutigen Video. Listings auf jeden Fall auch schon groß am Start. Auch wieder auf Coinex. Da übrigens ist der Link in meiner Videobeschreibung. Da kaufe ich persönlich meine Altcoins immer, dass ihr dahingehend Bescheid wisst. Auch wenn wir uns hier kurz die Website nochmal anschauen, sieht das Ganze meiner Meinung nach sehr, sehr ordentlich aus. Also ich habe mich da auch mal durchgeklickt. Einfach mal geschaut, wie das Ganze aussieht. Besonders auch die Roadmap gefällt mir richtig gut. Sieht man auf jeden Fall, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Bald wird auch eine Mobile-Version noch kommen. Also da ist auf jeden Fall einiges geplant. Und man sieht es auch hier nochmal kurz anhand der Tokenomics. Die sind an sich auch nicht schlecht. Ja, zum aktuellen Zeitpunkt ist ein Drittel im Circulating Supply. Also wird auf jeden Fall noch ein bisschen was in den Markt kommen. Aber nichtsdestotrotz sind auch hier wieder einige Token fürs Spiel schlussendlich zurückbehalten. Ja, also das Ganze wird dann quasi als Rewards für die entsprechenden Spiele ausgeschüttet. Und auch hier in dem Fall haben wir noch einen Token Burn. Was definitiv auch nicht schlecht ist. Ja, dass quasi, wenn die Token in Verwendung kommen, geburnt werden. Und es hat natürlich long-term definitiv einen deflationären Effekt. Das ist definitiv nicht schlecht. Besonders bei den Tokenomics. Und ansonsten deckt das Spiel an sich auch einige Parameter ab. Also es ist Play-to-Earn. Es ist Free-to-Play. Ist meiner Meinung nach auch wichtig. Hat ein eigenes Ökosystem. AI unterstützt. Da ist natürlich immer die Frage. Manchmal ist es auch nur Marketing mit AI. Aber nichtsdestotrotz sind die Komponenten auf jeden Fall vorhanden. Die Grafiken sehen gut aus. Und es ist schlussendlich auch das Hauptziel von dem Play-to-Earn-Game. Ja, schlussendlich muss das Game Bock machen. Es muss eine Anwendung finden. Und wenn es auch wirklich gespielt wird vom Markt und von den Spielern dann sieht man auf jeden Fall natürlich eine Kurssteigerung von dem jeweiligen Token durch den Token-Burn-Mechanismus und schlussendlich durch die Anwendung an sich wenn die Spieler hier Potenzial sehen. Und wenn sich das Ganze natürlich auch rentiert für die Spieler das Spiel zu zocken das ist natürlich auch mal so ein Faktor was natürlich dementsprechend mit dem Preis einhergehen muss dass es sich schlussendlich auch lohnt. Und hier sehen wir auf jeden Fall auch ein klares Breakout wo wir natürlich den Hype auch von anderen Coins gesehen hatten. Also man sieht es ja auch wieder Ende November, Anfang Dezember ansonsten sehen wir hier ja wie wir hier Strukturen hatten das Ganze wurde hier mit einem Zwischenhoch nochmal als Widerstand angesehen schlussendlich hier mit einer Orderblock-Formation haben wir das Ganze durchbrochen und jetzt ist natürlich der ursprüngliche Widerstand dient als Unterstützung und ungefähr bei den 0,4 US-Zoller sind haben wir auf jeden Fall starken Support unter uns. Genau aus dem Grund habe ich auch hier wie vorhin schon erwähnt eingekauft in dieses Projekt einfach aus dem Grund weil ich hier gesehen hatte dass wir definitiv guten Support unter uns haben und genau aus dem Grund sehe ich auch Preise alles unter 0,5 US-Zoller sind also sehr gut an. Ich denke auch zum aktuellen Zeitpunkt macht man hier nicht sonderlich viel falsch mit dem Investment wie gesagt an der Stelle keine finanzielle Beratung aber so gehe ich auf jeden Fall persönlich vor ja dass ich gewisse charttechnische Aspekte kombiniere mit dem aktuellen Marktgeschehen von der Narrative und schlussendlich von dem Projekt ihr wisst ja auf jeden Fall wie ich ihm ungefähr vorgehe Tokenomics sind mir immer sehr sehr wichtig. Dann beim nächsten Projekt Lit Labs geht auf jeden Fall in ähnliche Richtung ist super neu am Markt ja ihr seht auf jeden Fall auch erst 2023 am Markt gekommen und schlussendlich erst richtig die Aufmerksamkeit bekommen November Dezember 2023 wo ja viele Altcoins ihren Pump hatten jetzt haben wir auf jeden Fall auch hier wieder eine kleine Konsolidierung gesehen auch zum aktuellen Zeitpunkt noch super klein mit 10 Millionen an Market Cap auch von den Listings her noch nicht sonderlich viel aber trotzdem Bitgeld Maxi ist auf jeden Fall schon mal sehr stark da kommt auf jeden Fall oft die Liquidität und das Volumen dann später rein wenn wir uns jetzt auch hier die Website betrachten kann es mitunter das spannendste und interessanteste Projekt werden einfach aus dem Grund weil wir hier kein Einzelwettenrisiko haben wir wetten hier auf die ganze Infrastruktur auf die ganze Narrative von Gaming und Web3 allgemein ihr könnt es hier schon relativ gut erkennen Web 2.5 Gaming Publisher in Studio geht sozusagen in die Richtung von Beam Ultra Wars Mirror also die ganzen Projekte die einfach eine Infrastruktur für Spieleentwickler oder für die Spiele an sich bereitstellen und es ist erfahrungsgemäß immer eine sehr sehr gute Wette gewesen wir können einfach mal noch mal kurz reinschauen in die anderen Projekte sei es Beam ihr kennt es ja sicherlich auch oder auch Mirror ja da können wir gleich nochmal reinschauen aber hier seht ihr auf jeden Fall den Chart unfassbar bullisch ging schlussendlich nur in eine Richtung und auch Mirror war mitunter wahrscheinlich einer meiner besten Investments wenn wir uns auch hier den Chart anschauen hat das Ganze auch schon im Jahr 2023 einen 10X hingelegt und da seht ihr auf jeden Fall wie populär natürlich die Narrative rund um Gaming besonders rund um Infrastruktur ist und da investiert allgemein der Markt immer sehr sehr gerne rein also auch allgemein andere Anleger einfach aus dem Grund weil es den anderen schlussendlich ähnlich geht man investiert hier in Infrastruktur und hat nicht das Risiko von einem Spieleentwicklerteam und bei einzelnen Spielen bleibt natürlich die Frage offen ob das Spiel dann wirklich die Anwendung findet wie vorhin schon erwähnt jetzt nochmal ganz abschließend von Lit Labs schauen wir uns auf jeden Fall hier nochmal den Chart an da natürlich auch super positiven Chart gesehen hatten hier eine Zwischenkonsolidierung kommen jetzt aktuell wieder zurück in diesen parallelen Abwärtstrendkanal jetzt müssen wir auf jeden Fall mal abwarten wie sich das Ganze entwickelt ich denke spätestens bei hier den knapp 3 US-Dollar Cent bekommen wir auf jeden Fall nochmal starken Support wir haben es auf jeden Fall auch hier schon gesehen wie das Ganze aussah Support erhalten da könnte ich mir gut vorstellen dass auch hier bald wieder die Gegenbewegung kommt und sobald hier die obere Abwärtstrendlinie durchbrochen wird sehe ich auf jeden Fall auch hier wieder deutlich höhere Kurse bis zu 10 Cent auf jeden Fall besonders hier bei der Market Cap da kann es wirklich sehr sehr schnell gehen bei 10 Millionen das ist wirklich gar nichts ja und auch hier schon bei 8000 Holders das Ganze sieht wirklich ordentlich aus sehr sehr bullisch und da habe ich jetzt auf jeden Fall auch die Überlegung hier meine erste Tranche in den Markt zu geben wie gesagt bei solchen Projekten gehe ich nicht mit sonderlich viel Kapital rein das sind dann vielleicht 0,5% von meinem Portfolio so ungefähr dass ihr einen Anhaltspunkt bekommt das sind wirklich eher kleinere Wetten die ich hier eingehe ja da würde ich auch nie irgendwie großartig empfehlen groß Kapital reinzuwerfen natürlich sind es an sich Top Projekte das ist ja in dem Sinne nicht vergleichbar wie mit irgendwelchen Meme Coins wo es wirklich nur reines Spielgeld ist hier ist es dann ja in meinem Fall ein bisschen mehr aber nichtsdestotrotz halte ich die Position auf jeden Fall klein alles was Projekte unter 50 Millionen Market Cap sind ist bei mir auf jeden Fall sehr sehr gering gehalten vom Investment her aber dass ihr hier auf jeden Fall Bescheid wisst Lit Labs auch Top Projekt Sidus bin ich investiert Wagmi bin ich nicht investiert ja Abyss World werde ich auf jeden Fall auch eine neue Position aufbauen sobald sich hier der Chart etwas bessert erinnert euch unbedingt zurück an diesen Chart hier ja da werde ich definitiv nochmal abwarten dass ihr dann gehen auf jeden Fall Bescheid wisst wie ich zum aktuellen Zeitpunkt positioniert bin was auch so meine Meinung zum aktuellen Markt ist wie auch schon im letzten Video erwähnt ich bin aktuell viel am Research betreiben ja habe mittlerweile auch ein zwei Leute aus meinem Netzwerk die da richtig aktiv sind könnt ihr wie gesagt gerne in meiner Telegram Gruppe abchecken besonders auch unter anderem Shoutouts gehen raus an Ilhami der ist da richtig aktiv am Start in meiner Gruppe könnt ihr ansonsten auch mal ihn privat anschreiben ja dass ihr dann gehen Bescheid wisst er hat auf jeden Fall immer einige interessante Small Cap Projekte am Start dass ihr da auf jeden Fall Bescheid wisst ansonsten gerne Abo dalassen like natürlich schreibt gerne euer Lieblings Gaming Projekt in die Kommentare dass ich da auch mal einen Einblick bekomme welche Projekte und Coins ihr zum aktuellen Zeitpunkt im Auge behaltet aber ansonsten würde ich sagen sehen wir uns im nächsten Video auch schon wieder mich w w w w w w w Vielen Dank.